Sammel Geld, um Upgrades und Munition zu kaufen für deine Waffen. Na, mal grad Wut drücken. Okay. Das ist also unsere Waffe. Und die Shurikens. Okay, das sind dann Upgrades, die wir noch nicht freigeschaltet haben wollen. Wie viel Geld haben wir zur Zeit? Null. Also, eh egal. Aber wir können uns darüber scheinbar immer wieder Munition kaufen. Ah, das hilft wieder. Okay, das verstehe ich jetzt nicht fest. Was ist das da? Kommt ich aus. Kann ich weiter gucken. Ah, okay. Die Kistenkammer wird zerschlagen. Die vielleicht. Ja. Aber ich zweifle fast schon, dass irgendwas in den Kisten sein wird. Hinter den Kisten, unter den Kisten oder keine Ahnung. Ah, okay. Mal so auch öffnen. So. Und dann noch öffnen. Und nochmal Geld. Die Flamme jetzt 558. Jawohl. Geld. Ich zerschlackt, wer weiß. Vielleicht ist hier irgendwas Sinnvolles. Dahinter oder, keine Ahnung, in so einer Scheißkiste. Die Welt scheint immer, kann man auch scheinbar ziemlich gut zerstören. Aber ich meine, wir haben ein richtig geiles Laser-Sperr. Was kann man damit bitte nicht zerstören? Naja. Wende zum Beispiel. Was ist hier auch noch? Naja. Sieht nicht da noch aus. Okay. Dann. Gehen wir mal weiter. Ah, die Tür schließt sich natürlich. Sehr klar. Wow. Oh mein Gott. Was ist das? Ich hätte vielleicht sollen die Waffe auspacken. Die Schusswaffe. Das wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen. Hier kann ich glaube ich mal nix öffnen, wenn ich es nicht überblicke. Weiter gucken. Oh. Ha. Lustig. Äh, okay. Ah, durch die Tür müssen wir wahrscheinlich dann. Das kann ich ein paar von denen nehmen. Die Pezilla ist 2 Millionen. Da muss ich mich eigentlich nicht unbedingt denken. Weil hier gibt es doch. Was hat jetzt... Ah, da. Gibt es bestimmt noch Geld und so. Und eigentlich würde ich gerne... Ah, okay. Das kann man auch zerschlagen. Habe ich hier eben... Nicht noch. Ah, denn... Leer. Wer hat bitte leere Kisten irgendwo stehen? Das geht hier immer gar nix. Müssen jetzt mindestens eine Million Dollar drin gewesen sein oder so. Ja. Ist hier irgendwas? Nein. Ah, die Tür gehen automatisch auf. Sehr interessant. Ja, und wieder Geld. Jawohl. Ah, die Tür gehen laut. Mache ich auf. Sehr beeindruckende Technik. Muss ich wirklich sagen. So, und dann hätte ich gesagt, ich stütze mir und zwar durch diese Tür. Was sind das echt mit Kräften? Na, wieso bin ich zu blöd für das Scheiß-Viel zu treffen, ey? Ich bin so scheiße, ey. Ohne Kack. Vielleicht sollte ich nur einen Tag mit Jeter-Treffer machen, statt einfach nur mit, um mich herzukämpfen. Irgendwie mit Erbe oder so kann man, glaube ich, ah. Ja, voll. Also, wenn das in diesem Spiel so weitergeht und ich bei so kleinen Kämpfen schon so viel verliere und noch stärkere Gegner kommen, sehe ich schwarz. Oh, ein bisschen, ein bisschen. Ich habe es erwischt. Oh, ich glaube, das ist, äh, was ist das? Ist das? Ist das nicht ein Leber? Oder ein Herz? Das wackelt noch. Hm. Was sagt? Hier ist auch... Ich würde sogar behaupten, das ist eine Frau. Warte. Egal. Egal. Auf jeden Fall, äh, hat sie sich relativ schön, äh, rot angemalt. Oder diese, was weiß ich, Viecher waren das. Ich weiß nicht, was das jetzt ist oder so. Ich verstehe gar nicht. Ich meine, wir können doch mit den verhandeln. Die wollen doch bestimmt auch Geld haben oder so. Das ist... Das ist natürlich schön. Das ist immer so, ist in so einem apokalyptischen, äh, 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 ihr wisst schon, dass ich meine. Da, 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 da. Wir rennen natürlich in den Rauch hinein und stürzen echt mit Geilchen ab. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Oh, ich weiß nicht, dass ich nicht mehr schreitze. Ich weiß nicht, dass ich, was? Ich weiß nicht, dass ich helfen kann. Warum würde ich helfen? Ich kann nicht so etwas tun. Ich weiß nicht, dass ich nicht so etwas tun. Ich brauche jemanden mit Flesh, Blut, Trigger Fingers wäre toll. Und da sind auch nicht so, was ich. Was ist das Alten? Du kannst nicht genau so machen, wie das! Hey, du kannst nicht auf mich aufhören! Du sagst, du akzeptierst! Komm schon! A, wie ein Arschluss! C, wie ein Champion! Ja. Akzeptierst du. Das ist die Heilung. Okay, du bist jetzt nicht so schön. Okay, was ist jetzt? Euer Löcher für mir, die benutzen?